Endlich, endlich haben die Klimakleber mal was Gutes getan. Danke dafür Klimakleber, vielen Dank. Ey, das ist das schönste Geschenk, das allerschönste Geschenk, was ihr mir geben konntet. Dass die Leute nicht zum Helene Fischer Konzert gehen konnten. Das ist schön, die haben keinen Tinnitus, die müssen nicht zum Arzt, die haben keinen Sprechdurchfall. Perfekt, besser geht's auch gar nicht. Endlich habt ihr mal was Gutes für die Gesellschaft getan. Bist du da Helga? Nee. Was waren das gestern für laute Geräusche bei dir? Ja, also. Warst du sauer? Ich war auf 140 war ich. Auf 140? Ja. Das ist ja fast 180. Ich hatte doch Karten für Helene Fischer Konzert. Ja. Ich auf den Weg dahin. Stau. Ja, perfekt. Das ist doch schön. Da sollte man sich doch nicht drüber aufbringen, da sollte man sich doch freuen. Wenn ich jetzt, Beispiel, meine Frau schon sagt jetzt, sie lassen wir zum Helene Fischer Konzert gehen. Ich würde sagen, hier, machen wir. Ich freue mich drauf. Da würde ich ein paar Anrufe tätigen und sagen, hier Klimakleber. Ich glaube, ihr habt hier eine Strecke, wo ihr heute mal richtig Leute ärgern könnt. Und macht das bitte. Ich gebe euch Geld dafür. Ich gebe euch Geld. Macht das bitte. Ja, und dann stehe ich im Stauner. Da würde ich zu meiner Freundin sagen, ja. Ja, ich habe mich total gefreut. Mein Flachmann hat sich ja auch schon gefreut. Aber Schatz, du siehst du, hier ist gerade. Oder Aktivisten kleben sich gerade auf die Straße. Naja, beim nächsten Mal. Schade, sehr schade. Ich hätte mich wirklich gefreut, Helene Fischer zu sehen. Aber beim nächsten Mal dann, ne. Das, ne. Ich, äh, hier, Klimakleber. Oh nein. Kleben da so Klimakleber. Und dann? Ich stehe euch aus dem Auto. Gehe ich da so hin zu so'n, zu so'n Karsten. Hieß der so? Der so aus dem Karsten. Okay. Stehe ich da so vor ihm, rutsche aus Versehen aus, haue ich ihm aus Versehen mein Ellbogen in seine Klimakleber. Ja, nee, also das finde ich zum Beispiel jetzt übertrieben, ne. Wenn das jetzt ist, weil man von Arbeit nach Hause fährt, verstehe ich. Wenn das ist, wenn ein Rettungswagen ist, kann ich das verstehen. Aber wenn man zum Klimakleber, äh, zum Klimakleberkonzert, genau. Wenn man zum Helene Fischer Konzert fährt, dann finde ich das übertrieben. Und dann sollte die Polizei handeln. Die Leute, die dann die Klimakleber brutal mit Gewalt von der Straße holen, da sollten die die Klimakleber-Argabe bekommen, sondern die Leute, die die Klimakleber da runter holen von der Strecke. Ist so. Da, da finde ich das übertrieben. Es gibt wirklich Sachen, da finde ich das vollkommen legitim, aber nicht, wenn es auf dem Weg zum Helene Fischer Konzert geht. Blöten. Dass man durch deren Aktionen mehr über Klimaschutz redet. Dann überlegt man, ne. Ich will jetzt nicht hier ein Schlaukopf sein, aber nicht jeder hat eine, ähm, Motor, also hier Motor, Kontroll, Start und Pause, ne. Wenn man hier an der Arme steht. Genauso heißt das. Motor, Kontroll, Start und Pause. Wenn jemand was anderes sagt, verschwinde. Ich will keine andere Meinung hier auf meinem Kanal hören. Genauso heißt das. Ne, und, und die ganzen Leute, die verbrauchen ja beim Stand dann, die machen ja keinen Motor aus. Die verbrauchen beim Stand ganz, ganz viel Benzin. Ganz viel Benzin verbrannt. Ich will es ja nun mal so gesagt haben, ne. So könnten die Leute ganz schnell nach Hause, den Motor ausmachen, das Auto ausmachen und, äh, nach Hause. Na, 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 so, denkt man schon mal nach. Das ist aber nicht so. Man ärgert sich nur über die. Man rächt sich nur über die auf. Und das wiederum bewirkt, dass man vom Thema Klimaschutz genervt ist. Weil man das ja mit den Idioten in Verbindung bringt. Ist so. Ich sag dir das, Moriane. Bevor die sich da komisch angeklebt haben, war in der Bevölkerung eine größere Akzeptanz für Klimaschutz da. Das sag ich dir immer so. Und die sind leider so blöd und verstehen nicht, dass sie nur das Gegenteil erreichen. Das kommt von der veganen Ernährung, Moriane. Ich sag dir das, meinst du? Die müssen wir alle ein ordentliches Stück Schwein essen. Dann wird auch deren Gehirn wieder reaktiviert. Ist das so? 97 hab ich mal. Gehirn studiert. Die armen Autofahrer. Komm wegen dem Pfleband immer zu spät zur Arbeit. Schlimm ist das. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Was? Wenn du mal zu spät zur Arbeit kommst. Ja, meine Güte. Äh. Wenn du mal eine Stunde im Auto... Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, bei uns haben die ja jetzt auch schon öfters mal die Straßen gesperrt, ne. Und auf dem Weg nach Hause ist es scheiße. Da rege ich mich aus. Da flippe ich aus. Da kloppe ich gegen eine Hauswand. Weil das nervt mich. Weil man will ja nach Hause und man will endlich mal hier ein bisschen Sonne genießen. Wenn es auf dem Weg zur Arbeit ist. Ja, ist schlimm. Ja, ne. Ich finde das total schlimm. Ich sage dann auch immer, ey, ich muss schnell zur Arbeit. Ich habe viel zu tun. Zwinger, zwinger, bleibt ruhig sitzen, ne. Wollt ihr einen Kaffee haben? Ja, ist er auf dem Weg zur Arbeit? Ja. Gut. Ja, da mal drei, vier, fünf Stunden zu spät kommt, ne. Oder anruft ihr. Passen Sie auf, Chefin. Wird heute nichts, ne. Warum denn nicht? Wir haben so viele Aufträge noch. So viel zu tun. Also komm, ganz schnell. Ne. Ich bin leider gerade im Stau. Klimakleber. Oh. Klimakleber. Ne, dann kriegen sie jetzt eine Woche Urlaub, kriegen dann noch drei Tage krankgeschrieben und kriegen extra Gehalt. Dann können sie nach Hause fahren, ne. Das ist halt so. Auto warten muss, denn ist halt keine Katastrophe. Das ist einfach nur ärgerlich. Das war gerade Gedächtnis-Portocall. Weißt du, was eine Katastrophe ist? Was denn? Wenn da Menschen in den Autos sitzen, die zu lebensrettenden Operationen ins Krankenhaus müssen. So. Wenn da Eltern im Auto sitzen, die ihr krankes Kind zur Dialyse bringen wollen. Jetzt. Oder wenn da vielleicht eine Frau drin sitzt, die zur Beerdigung ihrer Mutter. Da muss ich wirklich sagen, also bei solchen Sachen, ne, da verstehe ich, dass viele ausrasten. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gesehen, da war eine schwangere Frau, die gesagt hat, ich muss jetzt ganz dringend ins Krankenhaus. Und da war dann wirklich, so kackendreist kann man gar nicht sein. So kackendreist kann man gar nicht sein. Der hat dann noch mit der Frau diskutiert. Ja, aber wir müssen uns ja ums Klima kümmern. Wir können ja nicht immer wieder Ausreden finden, ne. Also so, ne, das war jetzt kein Gedächtnis-Protokoll. Aber ungefähr so hat er argumentiert, ne. Er kennt ja die Leute. Wo ich mir so denke, die Frau muss ins Krankenhaus und der macht einfach keinen Platz. Da diskutiert ja noch mit der Frau. Also da kann ich schon ein bisschen verstehen, dass da vielleicht mal jemand, also ich würde es nicht machen, aber wenn da ja mal jemand aussteigen würde und den dann auf dem Fußweg begleiten würde, ganzsam. Aber wenn es jetzt darum geht, auf ein Helene-Fischer-Konzert fahren zu müssen, mein Gott, gibt es Schlimmeres. Ne, da würde ich lieber da acht Stunden stehen, ne. Was denn? Die haben bestimmt kein veganes Essen da für dich. Du bist so gemein, Helga. Oh, ist das böse. Ich weiß. Aber einen Punkt hab ich noch. Hast du noch einen? Einen hab ich noch. Sag mal. Weißt du, was auch noch ein riesengroßes Problem ist? Das Vorabendprogramm von ARD und ZDF. Die Medien. Wieso? Die Medien berichten ständig über die Klimakleber und geben denen so natürlich eine riesengroße Plattform. Ja, das stimmt. Stell mir vor, keiner wird mir über die berichten. Dann interessiert sich auch keiner mehr für dich. Und dann lohnt sich die Aktion auch nie mehr. Die Medien mal wieder. Einfach aufhören. Habt ihr das jetzt eigentlich mal mitbekommen? Irgendjemand hat sich doch, Klimakleber haben sich doch an irgendeinen Bus drangeklebt. Also wirklich, also wir sind jetzt schon so weit, da frage ich mich wirklich, was passiert als nächstes? Was passiert als nächstes? Kleben die sich dann irgendwann, fliegen die mit der Rakete auf den Mond und kleben die sich am Mond fest? Bitte, macht das. Bitte. Bitte. Oder geht bitte dahin, wo unser Atommüll ist und klebt euch da fest. Ich hab da kein Problem mit, ne? Ihr kriegt sogar den Schlüssel dafür, ne? Ihr könnt da gerne rein. Macht das bitte. Also, ne? Nur mal so eine Frage an euch, Klimakleber. Ist jetzt wirklich ernst gemeint, ne? Also jetzt, ne? Wirklich eine ernst gemeinte Frage. Wie viel Lack? Ne? Es gibt ja so eine Grenze, Obergrenze von 12 Milligramm. Aber wie viel Lack schnüffelt ihr oder trinkt ihr? Das ist weit über die Tagesdosis. Fragt mal eure Ärzte. Ihr nehmt zu viel. Das ist zu viel Lack. Da passiert sowas. Da benebelt man ein bisschen im Kopf. Ne? Aber bitte. Bitte klebt euch überall fest, ne? Gerne. Ihr könnt euch auch, wenn ihr wollt, ne? Wir gehen gerne zusammen mal in den Zoo. Wir gehen gerne zusammen mal in Australien, Afrika und da klebt euch irgendwo mal in der freien Wildnis mal fest. Für zwei, drei Tage. Ne? Da fahre ich mit dem Auto mal kurz hin, tue so, oh, das stört nicht ja. Fahre dann wieder zurück, ne? Und dann kommen dann abends so ein paar Löwen, ne? Könnt ihr gerne machen. Kein Problem. Aber Morianne. Was? Äh, wir reden doch jetzt auch über die. Ne. Morianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Nur denn mit Spaghetti. Kann ich nicht. Hey, das kenne ich nicht. Das ist wirklich, also das ist ganz schwierig. Mein Magen macht immer Probleme und ich hatte gestern nicht recht. Reiz und ja, finde ich gut. Dir auch. Muck das. Muck das. Ach, schön. Ne, also das war doch jetzt, das ist doch mal eine positive Nachricht. Also, ne, also ihr habt wirklich das erste Mal im Leben was Gutes getan. Was Gutes für die ganze Gesellschaft, wirklich für die ganze Gesellschaft habt ihr mal was Gutes getan. Ähm, da habt ihr wieder bei mir Pluspunkte gesammelt. Und noch mehr Pluspunkte würdet ihr sammeln, wenn ihr euch wirklich mal irgendwo in Afrika oder so, ähm, ranklebt. Wenn ihr euch vielleicht irgendwo mal ranklebt, äh, wo vielleicht, ja, in der Nähe von Schwerindustrien, von Industrien, die vielleicht nie unbedingt, ähm, ja, filtern. Dann, ne, vielleicht irgendwo auch Richtung Asien gehen, mal Bangkok und sowas. Da könnte man ja auch mal anfangen. Ja, ich weiß, wir müssen unsere Klimaziele erreichen bis 2030, 35. Und ich weiß natürlich, das ist alles fürs Klima. Wir wollen natürlich klimaneutral werden. Und das liegt auch nicht dran, dass wir dann eine Vertragsstrafe bekommen von der EU. Weil wir einen Vertrag gemacht haben, dass wir, ähm, mindestens, ich glaube, ein paar Prozente da runter müssen, ne. Ne, da dran liegt es nicht, ne. Und es ist ja auch nicht so, dass es Patente schon von, äh, 1960 gab es auch, ne, das kennt ihr ja alles, ne. Dass, dass man da hätte schon, äh, in, in die erneuerbare Energie schon lange rein investieren können. Wie zum Beispiel in die Windkraftwerke. Es war ja schon in den 1960ern, war das ja auch schon mal ein Thema, ne. Also, komischerweise fangen wir jetzt, von jetzt auf gleich sofort an. Das ist, weiß ich nicht, ne. Ich sag's ja nur, ne. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bleibt beim Frechtorke. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da, lasst alles da, was ihr da lassen könnt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Und tschüss. Bis dann, haut rein. Überfters. Bis dann. Vielen Dank.